Gehorsam bei Hannah Arendt Hi, in diesem Beitrag geht es um Gehorsam bei Hannah Arendt. Die Philosophin schrieb in ihrem Buch über die Banalität des Bösen etwas, das im Kontext totalitärer Systeme steht, sich jedoch auch in unserer demokratischen Gegenwart als relevant erweist. Und zwar wandte sich Arendt in besagtem Buch direkt an den SS-Obersturmbandführer Adolf Eichmann, der in den frühen 60er Jahren in Jerusalem vor Gericht stand und sich auf seinen Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten berief. Arendt schrieb dazu folgenden Satz. Wenn Sie sich auf Gehorsam berufen, so möchten wir Ihnen vorhalten, dass die Politik ja nicht in der Kinderstube vor sich geht, und dass im politischen Bereich der Erwachsenen das Wort Gehorsam nur ein anderes Wort ist für Zustimmung und Unterstützung. Eine Diktatur funktioniert nur, wenn die Leute sich ihre Werte und Normen diktieren lassen. Eine Demokratie wiederum funktioniert nicht, wenn wir uns unsere Werte und Normen einfach diktieren ließen. Stattdessen wählen wir diejenigen Menschen in politische Ämter, die unsere moralischen Werte am ehesten vertreten und mit entsprechenden Normen festigen und verteidigen. Bei Angelegenheiten der Moral sollten wir uns nie auf irgendwelche höheren Instanzen berufen, sondern müssen immer unseren eigenen Verstand gebrauchen. Oder wie Harari in seinem Buch die 21-Lektion fürs 21. Jahrhundert schreibt. Ähnliches gilt natürlich auch für Menschen, die ein Wahlkreuz setzen, weil ein YouTuber es so sagt. Dieses Argument war ja im Zuge der Rezo-Debatte öfter mal zu hören. Doch während die Berufung auf Gott für ein Dogma steht, also ein fixiertes Weltbild, das wir nicht ändern wollen, stand die Berufung auf Rezo doch vielmehr auf Ratio, also die vernunftgeleitete Auseinandersetzung oder Beschäftigung mit einer Sachlage, um sich zu bestimmten Dingen ein Urteil zu bilden. Ethikunterricht ist heutzutage, wie schon mal gesagt, wichtiger denn je, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Sich-Beschäftigen mit einer Sachlage und infolgedessen das Urteilbilden gerne für andere mitübernehmen. Das könnte man eigentlich als einen schönen Effekt einer aufgeklärten Gesellschaft interpretieren, in der Aufklärung zu so etwas wie einem leidenschaftlichen Hobby geworden ist. Ich bin da ja als Blogger und kleiner YouTube-Fuzzi voll mit dem Boot und hab auch schon mal die Kritik gehört, ist ja schön und gut, dass du dir deine eigene Meinung bildest, aber musst du dir auch im Internet herausposaunen. Hm. Um nochmal auf Hannah Arendt zurückzukommen. Die beschreibt uns Menschen in ihrem philosophischen Hauptwerk, Vita Activa oder vom tätigen Leben, anhand von drei Grundtätigkeiten. Da ist einmal die Tätigkeit des Arbeitens. Das ist sozusagen die grundlegendste aller Tätigkeiten, die dazu dient, das Leben zu erhalten. Sei es, dass wir einen Job machen, einfach nur um Geld zu verdienen für Miete oder Nahrung, oder auch indem wir überhaupt Nahrung zu uns nehmen. Denn letztendlich ähnelt die Tätigkeit des Arbeitens dem ganz natürlichen Stoffwechsel, mit dem unser Körper daran arbeitet, uns am Leben zu erhalten. Ein Kreislauf aus Essen, Schlafen, Schuften, Essen, Schlafen, Schuften, Essen, Schlafen, Schuften, Essen, Schlafen, Schuften, Könnte ich ewig so machen. Ich hätte langsam Hunger. Dann kommt die Tätigkeit des Herstellens. Viele Menschen produzieren Dinge, die nicht zum unmittelbaren Lebenserhalt oder als reines Konsumgut gedacht sind. Sei es ein Werk wie Murasaki's Roman über den Prinzen Genji, um das Jahr 1000 geschrieben und heute noch in manchen Bücherregalen zu finden, oder sei es einfach nur ein selbstgeklöppeltes Schränkchen einer Heimwerkerin, die es an ihr Enkelkind vererbt. In der Tätigkeit des Herstellens kommt der Kreislauf des Arbeitens immer mal wieder an ein Ende, nämlich mit der Fertigstellung eines bestimmten Werks. Trotzdem ist die Tätigkeit des Herstellens noch im Kreislauf des Lebens gefangen. Jene Heimwerkerin wird sich bald ihrem nächsten Projekt widmen. Zu guter Letzt gibt es die Tätigkeit des Handelns, die für Hannah Arendt eine spezifisch-menschliche Tätigkeit ist, oder auch die spezifisch-menschliche Tätigkeit, diejenige nämlich, die uns Menschen überhaupt erst zu Menschen macht, und nicht nur zu Arbeitstieren oder produzierenden Wesen. Die Tätigkeit des Handelns ist die einzige, die ohne materielle Dinge auskommt. Sie ist fest verknüpft mit dem Sprechen. Handeln und Sprechen ist das, was wir Menschen im sozialen Miteinander tun. Von Kindesbeinen an. Sei es, dass wir in der Schule aufzeigen, einfach nur am Gespräch teilnehmen, auf einer Demo mitskandieren oder eben im Internet kommentieren. Für Arendt ist dabei wichtig, dass Handeln und Sprechen nicht im rein Privaten stattfindet. Ein Mensch, der daheim allein den laufenden Fernseher anschreit, nimmt noch nicht am sozialen Miteinander teil. Handeln und Sprechen findet immer im Austausch mit anderen Menschen statt. Arendt nennt es das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten. Und dieses Bezugsgewebe hat sich in Zeiten der Digitalisierung eben auf das Internet ausgeweitet. In diesem Sinne ist die öffentliche Kundgabe der eigenen Meinung im Internet etwas spezifisch Menschliches, etwas, das uns überhaupt erst als Mensch definiert oder zum Menschen macht, natürlich immer vor dem Hintergrund, dass keiner Meinung und keinem Menschen blind gehorsam zu leisten ist. Das war's von Hannah Arendt und von mir. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, gerne liken, teilen. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, abonnier den Kanal, schau im Blog vom Bleiben vorbei, dort findest du diesen Beitrag auch nochmal in Schriftform. Wenn's Fragen gibt, gerne in die Kommentare, dort würde mich auch deine Meinung zum Thema Gehorsam und Meinungsbildung interessieren in diesen wirren Zeiten. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Gehorsam und wie die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Gehorsam und wie die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.